mal sehen was muss ich jetzt noch machen ja mein gästehaus habe ich ja schon fertig hier ein bett ist ja auch schon drin dann werde ich mal sehen dass ich noch was hier umbau den brauche ich nicht den werde ich anzünden hier den baum ja dann werde ich noch mal gucken hier was habe ich denn hier noch für ein mist gebaut da muss ich hier noch mal ein bisschen was ich muss im moment nichts in die luft jagen ich werde jetzt erstmal sehen dass ich noch ein paar äpfel esse boah habe ich appetit was ist los jetzt habe ich zu viel gegessen oder was ich habe überhaupt keinen appetit ich werde erst mal mal was los werden dass ich nicht brauche ja die äpfel werde ich erst mal wieder zurück tun ja da werde ich erst mal noch sehen dass ich die leine hier loswerde und erstmal man scheiße dann das wird den gästen einfach nicht gefallen wenn ich das hier so liegen dass ich könnte mir einen kleinen keller machen das ist eine witzige idee so ein bisschen feuer hier schadet doch niemanden ich habe einfach bock jetzt mal ein bisschen was zu bauen aber da ist ja schon gast eine kleine biene was ist denn hier das hier ist phantom foxys schneewelt das klingt ja hier unheimlich halter falter erst mal noch ein bisschen weg gehen bevor mir noch irgend jemand greift schnell weg schnell aufs bett drauf gehen halter falter ist das gruselig jetzt gehe ich erst mal wieder nach draußen und gleich noch mal erst mal die tür schließen es soll ja kein anderer ein schlafzimmer reingehen dann gehe ich erst mal noch ein bisschen nach draußen ja da ist ja einer von meinen hasen den werde ich jetzt erst mal füttern warum kommst du so dicht sonst man müssen jetzt schon wieder man hat euch jetzt nicht ab mann oder bist du und das recht doch erstmal heute dass ich gefüttert habe ich muss erst mal noch gucken dass ich hier wieder ins wasser gehe und ein bisschen schwimmen gehe ich gehe noch ein bisschen schwimmen heute habe einfach bock dazu heute und unter wasser ein bisschen was ich habe ja schnee in wasser das ist ja geil und dann ein bisschen tnt setzen hier so ein bisschen tnt und der wasser schadet auch niemanden geil das schadet doch niemanden es wird gleich dunkel es ist zeit für mich ins bett zu gehen ich bin schon relativ müde das system muss erst mal runter gefahren werden denn gleich geht es wieder los ich muss wieder morgens arbeiten an den haus so jetzt gehe ich erst mal rein mein haus meine hasen werde mich begleiten und die bienen auch ich bin immer fast gegen die wand gelaufen was soll das denn das schon wieder ein hase hat sich abgemuckst mann was soll das mann du hase dann habe ich immer nach haus und dann gehe ich erst schlafen haus ach bis morgen gute nacht Oh, das ist ein Morgen heute. Oh, jetzt bin ich schon satt. Dann werde ich erst mal gucken, was der blöde Wolf da macht. Ja, ich werde erst mal gucken. Wenn der meinen Hasen was zu leide tut, dann muss der sterben. Scheiße, was habe ich da schon wieder gemacht, die Leiter kaputt. Jetzt muss ich schon wieder was aufbauen. Und was macht das kleine Arschloch? Der bringt meine ganzen Hasen an. Wo ist das kleine Arschloch hier? Ich kann sowas nicht gebrauchen. Wo bist du, du blöder Wolf hier? Ich möchte sehen, wo du bist. Du kannst meinen Hasen nichts antun. Das gehört sich nicht. Das möchte ich nicht. Besonders nicht bei Foxys Schneehaus. Bei Phantom Foxys Schneehaus hat man nichts zu suchen. Auch keine Wölfe oder Gatzen. Ich habe nur Bienen und Hasen was zu suchen. Aber wenn es mir auffällt, ich kann nicht genug Hasen haben. Ah, da können noch ein paar Hasen hier rein. In dieses kleine Haus hier. Tut mir leid. Ich glaube, ich habe zu viel gegessen. Bis gleich. Futter bekommst du. Oh Mann. Und was soll das? Warum müsst ihr mich alle hier so bedrängen? Ich kann doch nichts dafür. Ich muss da erstmal gucken, was los ist hier. Ich muss auf Streife gucken hier. Ich bin auf Streife. In meinem Revier. Er hat keinen Wolf und Fuchs was zu suchen. Ich bin hier der einzige Animatronic Fox. Habt ihr das verstanden, ihr blöden Wölfe und Katzen? Ich mache euch alle platt hier. Dann geht es erstmal zum Bienenhaus. Das ist kein Gästehaus. Da habe ich noch Bienen was zu suchen. Und wenn es mir auffällt, dann müssen wieder welche hin. schön. Hallo. Dann geht es erstmal kurz. Und dann gehen wir mit dem Buch. Und dann gehen wir mit euch mit den Abstandern. Dann gehen wir mit euch hin. Und dann gehen wir jetzt nochmal kurz. und dann mal wieder ein bisschen rausgehen und mal gucken was meine schnee gegen die los ist da oben jetzt werde ich ein bisschen schwenken erstmal paar minuten und dann mal wieder ein bisschen rausgehen und dann mal wieder ein bisschen rausgehen und jetzt kommt gleich ein bisschen musik von no copyright sounds